Was geht ab Leute, euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video checken wir auf jeden Fall den neuen Gegenschein-Shop ab und zwar vom 21.01.2021. Bevor es los geht, ihr seht im Hintergrund gerade hier die Predators und zwar ist der nämlich jetzt am Start und zwar für Leute, die Fortnite The Crew haben. Heißt, wenn ihr dafür monatlich zahlt, theoretisch. Es tut mir auch leid, Freunde, dass ich jetzt aktuell so ein bisschen verpeilt mich vielleicht anhöre oder ähnliches, das liegt daran, Freunde, dass ich jetzt aktuell vom Schlaf aufgestanden bin, um das Video hier kurz aufzunehmen, weil mir geht es gar nicht gut. Mein Schlafmus ist komplett, ciao Kakao und deswegen, ich bin jetzt vom Schlafen aufgestanden, ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das Ganze nicht so übel. Jetzt, Freunde, checken wir das Ganze natürlich hier im Gegenschein-Shop nochmal ab, was daraus da wirklich so abgeht. Wir haben auf jeden Fall Ruby und die Kuschelbeauftragte hier oben wieder zurück, hier unten Tomate und Schlopfer und im täglichen Bereich nichts Besonderes, sonst ist eigentlich alles gleich geliehen. Die Predator-Skins werden demnächst mit dem Crew-Paket wieder ins Spiel kommen, heißt für uns, wir können da wieder zuschlagen und unser Crew-Abo abschließen. Kommen wir zum täglichen Shop. Knochenlos, Freunde, so dass wir 72 Tage drin gewesen sind, kann man auf jeden Fall machen, ist aber jetzt nicht der allerbeste Emote, war bis jetzt 14 Mal im Shop gewesen. Dann haben wir hier unten der Flow, der Flow war zuletzt vor 28 Tagen drin gewesen und bis jetzt 2 Mal im Shop. Dann haben wir hier drüben nochmal Schneepatrouille, war zuletzt vor 351 Tagen im Shop gewesen und insgesamt 2 Mal drin, kann man machen, wenn man Bock drauf hat, ich persönlich feiere das Ganze nicht so. Wir haben hier schmelzendes Gold für 500 V-Bucks nach 136 Tagen wieder zurück und 2 Mal im Shop insgesamt gewesen. Dann haben wir nochmal hier oberpeinlich, war zuletzt vor 47 Tagen drin gewesen und 26 Mal im Shop. Dann geht es auch schon rüber zu Speeranger, war zuletzt vor 36 Tagen drin gewesen und 21 Mal im Shop. Dann geht es auch schon weiter hier oben, wir haben den Tomatenskin nach 46 Tagen wieder zurück und 24 Mal im Shop. Natürlich hat er auch passend dazu alles Zubehör mitgebracht. Wir haben hier Schlotter und die Frostschneide dazu, war zuletzt vor 35 Tagen drin gewesen und 10 Mal im Shop. Hier oben dann wiederum haben wir Ruby und Kuschelbeauftragte, wie ich hier bereits erwähnt habe. Ruby ist auf jeden Fall ein Paket, was ich mir safe holen würde, feiere ich alles von, war zuletzt vor einem Monat drin gewesen und 15 Mal im Shop. Und dann haben wir hier drüben nochmal alles aus dem Kuschelbeerenpaket von den OG Kuschelbeersachen, zuletzt vor 76 Tagen drin gewesen und alles für Zimmern im Shop gewesen, bis auf die Kuschelbeauftragte, die war ein Stückchen öfter drin. So viel auf jeden Fall dazu, wir switchen in den Ready die Welt Modus und schauen uns auch an, was daraus in der Wildnis so abgeht. Im Ready die Welt Shop haben wir das Anhängerlarm am Start, was sich natürlich so jetzt nicht lohnt. Hier ist eigentlich weiterhin alles gleich geblieben, auf der linken Seite, auf der rechten Seite haben wir eine neue Aktualisierung bekommen, aber heute ist da noch nichts Besonderes am Start. Und das, meine Freunde, soll es auf jeden Fall mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen, dann vergesst nicht zu überlegen, die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Freunde. Tut mir leid, dass es zuvor bald war. Wir sehen uns im nächsten Video auch. Ich gehe damit vor, euer Fraps und ciao.